Ein neuer Zeuge packt im Fall Maddie McCann aus und das hat es in sich und ich finde es wichtig, hier nochmal so ein Update zu bringen. Ich hatte ja in der Vergangenheit schon regelmäßig auch über den Fall Maddie McCann, die seit 2007 vermisst wird, berichtet. Vielleicht sogar der bekannteste vermissten Fall weltweit, der wirklich immer noch für viele sehr interessant ist und wenn ihr auch den Fall spannend findet, lasst gerne ein kostenloses Abo da, ich bleibe natürlich mit weiteren Updates auch dran, denn es wird immer spannender, es gibt immer mehr Artikel, denn ein neuer Zeuge ist jetzt ein ganz aktuelles Thema und der packt aus und das wollte ich mit euch hier mal durchgehen. Und auch die Bild titelt, er hat kein Geld gefunden, aber ein Kind. Und Zeuge belastet Maddie Verdächtigen schwer. Und das ist sehr, sehr interessant und ich würde sagen, wir gehen das jetzt hier mal miteinander durch und besprechen das Ganze. Und ihr könnt ja einfach mal Maddie unten reinschreiben, wenn ihr den Fall Maddie McCann auch so spannend findet, denn ich glaube auch der Fall könnte noch sehr spektakulär jetzt in den nächsten Wochen weitergehen. Hier wird der Zeuge dann auch zitiert, er hat mir erzählt, dass er in Portugal geklaut hat, das war ein offenes Fenster, dort ist er eingestiegen, Geld hat er keins gefunden, aber ein Kind, das hat er dann mitgenommen. Und das würde auch so ein bisschen dafür sprechen, zumindest was die Eltern dort auch öffentlich immer wieder betont haben und wenn man diesen Abend durchgeht, wer da mehr im Fall ist, weiß Bescheid. Sie haben unweit ihrer Ferienwohnung auch was zu sich genommen, was getrunken und waren immer auch kontrollierend, immer abwechselnd bei der Wohnung in Etappen. Und da gab es nur so ein kleineres Zeitfenster, was möglich gewesen wäre, wo dann jemand zugeschlagen haben könnte. Und das würde alles irgendwie, finde ich, dann dort schon reinpassen, dass dieser Verdächtige vielleicht wirklich der Täter war. Und dann geht es hier weiter, was Zeuge Laurentio C. dem Landgericht Braunschweig-Niedersachsen zu berichten hatte, war spektakulär. Die Frage ist, wie glaubwürdig ist dieser Zeuge? Das ist natürlich immer die Frage, ist dieser Zeuge glaubwürdig oder nicht? Aber interessant ist es dann doch. Maddie Verdächtiger wegen Sexualstraftaten vor Gericht, also dieser Verdächtige ist kein unbeschriebenes Blatt. Eigentlich geht es in dem Prozess gar nicht um Madeleine McCann, die 2007 aus einem Apartment in Portugal verschwand. Trotzdem ist das seit 17 Jahren vermisste Kind ständig Thema. Der wegen fünf Sexualstraftaten angeklagte Christian Brückner. 47 wird auch verdächtig, Maddie entführt und ermordet zu haben. Nun überraschte Ex-Knacki Laurentio C. im Zeugenstand plötzlich mit dieser Behauptung. Brückner habe auch ihm gestanden, Maddie entführt zu haben. Und das ist doch, finde ich, schon sehr, sehr interessant. Da kann man natürlich immer fragen, ist das jetzt so realistisch, ja oder nein? Könnte der Zeuge selbst irgendwie jemanden decken, ablenken, wie auch immer? Oder ist der wirklich dort glaubwürdig? Und dann geht es hier auch in dem Artikel weiter. Knast Kumpel wird zum Belastungszeugen. 2019 saßen Brückner und Lorenz J. C. gemeinsam in der JVA Braunschweig. Mehrfach, so der Zeuge, habe Brückner ihn in seiner Zelle besucht und Kaffee mit ihm getrunken, weil C. sich von anderen Knackis fernhielt. habe ihn der wegen Kindesmissbrauchs vorbestrafte Brückner für pädophil gehalten und deshalb zu erzählen begonnen. Und das ist sehr, sehr interessant. Und dann geht es hier weiter. Er erzählte, er habe einen Bus besessen, Kinder mitgenommen und sie missbraucht. Er sagte, du kannst sie auch zwei, drei Tage behalten und dann wieder freilassen, so der Zeuge. Ich gehe davon aus, dass er mich provozieren wollte, um festzustellen, ob ich auch was mit Kindern zu tun habe. Dann geht es weiter. Bei der Polizei hatte Lorenz J. C. 2020 von mehreren Vergewaltigungen in Portugal berichtet, mit denen Brückner im Knast geprahlt habe. Für die Vergewaltigung der Amerikanerin Diana M., oder Diana M., damals 72, im Jahr 2005 im Praia da Luz, wurde Brückner zu sieben Jahren im Knast verurteilt. Die Vergewaltigung von Irin Hazel B., 40, im Praia de Rocha, im Jahr 2004, ist im aktuellen Prozess angeklagt. Deshalb wurde Lorenz J. C. als Zeuge geladen. Aus diesem Apartment, das ist natürlich auch ganz interessant, verschwand Mehdi. Ein Grundriss der Ferienwohnung 5a im Ocean Club, Praia de Luz, Portugal, aus dem Mehdi McCann, am 3.05.2007 offenbar entführt wurde. Also fast 18 Jahre schon wieder her, wie die Zeit vergeht. Tür zur hinteren Terrasse, Schlafzimmer der Eltern, Bad, Kinderzimmer und auch ein Wohnzimmer. Küche, also eine typische Ferienwohnung. Also durchaus auch schon schicker und durchaus möglich. Ist der Zeuge glaubhaft, so wird auch das Ganze hier noch in Frage gestellt und das trage ich einfach noch vor, dass er nun von entführten und missbrauchten Kindern zu erzählen begann, überraschte Selbststaatsanwaltschaft. Zumal der Zeuge vor der Mittagspause noch behauptete, erinnere sich an kaum etwas. Und genau wurden seine Ausführungen nach der Pause im Zusammenhang mit der Entführung des Kindes und habe ihn Brückner um Rat gefragt, so der Zeuge. Er erzählte, dass er sich abgestützt habe, als er aus dem Fenster rausgegangen sei. Er fragte mich dann, ob er dabei Spuren hinterlassen haben könnte. Oberstaatsanwältin Ute Lindemann wies den Zeugen darauf hin, dass er bei der Polizei anders ausgesagt hatte. Brückner habe ihn gefragt, ob man seine DNA-Spuren auf Knochen unter der Erde finden könne. Stimmt, erinnerte sich der Zeuge. Ob es das Kind betrifft, weiß ich nicht, aber er hat mich das gefragt. Und ich finde, das ist schon alles sehr, sehr interessant. Dann geht es hier auch noch weiter. Mehrfach habe Brückner ihn zudem gebeten, sein Haus anzuzünden. So Laurent C.O.C., ein großes Haus irgendwo auf dem Land. Würde dem dann jemanden beauftragen, der mir daraufhin Geld gibt. Warum Brückner ihm darüber oder darum gebeten habe, weiß er nicht. In Neu-Vegas Leben besitzt der Angeklagte eine verfallene Fabrik, die die Polizei schon mehrfach gesucht hat. Hoffentlich auch gründlich genug, das muss man immer wieder sagen. Ob er den Angeklagten für schlau halte, wollte Brückners Anwalt Dr. Friedrich Fülscher, 40, vom Zeugen wissen. Ja, er ist schlau. Ob er es für schlau halte, jemanden im Knast von solchen Taten zu erzählen. Vielleicht, so der Zeuge, hat mich falsch eingeschätzt. Also, dass er falsch eingeschätzt wurde, dass er vielleicht vertrauenswürdig ist, als Mitwissende. Aber sonderlich schlau ist es natürlich nie, Leute einzuweihen. Das muss man auch ganz klar sagen. Von daher auch eine ganz gute Frage vom Anwalt. Aber nun gut, wie seht ihr das ganze Thema? Definitiv, denke ich, wieder ein spannendes Update. Ja, dieser Zeuge, der jetzt dort den Brückner durchaus belastet mit seinen Aussagen. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und halte euch natürlich gerne auf dem Laufenden. Lasst gerne ein kostenloses Abo da und dann sehen wir uns dann auch schon die nächsten Tage wieder. Bis dann und tschau, tschau.